Ach du grüne Neune! Isabel, jetzt gibt es eine neue Make-Up-Challenge mit der Farbe Grün. Und dann musst du erstmal natürlich einen grünen Primer verwenden. Gerne richtig viel. Deine Base darfst du mit den Produkten machen, die du willst. Aber du darfst ausschließlich grüne Beauty-Tools verwenden, also grünen Beauty-Schwamm oder Pinsel. Wenn du das nicht hast, dann hast du Pech gehabt. Deine Augenbrauen machst du ebenfalls grün. Und Blush, Bronzer und Highlighter trägst du mit einem grünen Gemüse auf. Also, keine Ahnung, Salat oder eine Gurke. Deinen Lidschatten kannst du gerne so machen, wie du willst. Aber für den Eyeliner habe ich eine kleine Challenge. Und dann nimmst du dir einen grünen Grashalm. Da schmierst du dann ganz viel Eyeliner drauf und den stempelst du dann an dein Auge. Und das ist dann hoffentlich ein schöner Winked Eyeliner, oder? Dann natürlich noch schöne große Lashes, ein Lip-Liner. Und für deinen Lippenstift nimmst du bitte einen mit einem grünen Packaging, falls du einen hast. Und hier haben wir auch schon einen fertigen grünen Make-Up-Look. Wuhu! Ein fertiges Foto davon und eine grüne Verlosung findet ihr auf Instagram.